ja hallo und willkommen zu einer neuen folge vom game based podcast heute haben wir politischen besuch da über den ich mich sehr freue und zwar haben wir heute die frau sandra bose da hallo frau bose hallo schönen guten morgen genau für die die sie vielleicht nicht kennen würde ich einfach mal kurz ein paar sachen aus ihrem lebenslauf anschneiden sie sind seit 2007 mitglied bei den grünen sind seit 2011 mitglied des landtags von baden-württemberg und direkt gewählte abgeordnete für den wahlkreis laar und seit 2021 sind sie staatssekretärin im ministerium für kultus jugend und sport in baden-württemberg ist das richtig und ja schöne aufgabe die ich da seit letztem jahr übernehmen durfte möchten sie das vielleicht einfach mal runterbrechen was das was diese titel alles bedeuten was dafür aufgaben so in ihren bereich fallen wir haben im kultusministerium jetzt uns auch thematisch aufgeteilt und mein aufgabenbereich umfasst das ganze thema digitalisierung was ja ein sehr breites feld darstellt und was jetzt nicht nur seit corona jetzt als ein wichtiges thema für unsere schulen identifiziert wurde sondern wo wir einfach die herausforderung der zukunft was die digitalisierung angeht in unseren schulen abbilden wollen und da gibt es noch große aufgaben die vor uns liegen aber die letzten zwei jahre haben uns da natürlich auch ein ganzes stück weit vorangebracht und wahrscheinlich auch noch mal verdeutlicht wie wichtig das geworden ist seit corona in unserem leben ist wissen wir alle dass digitalisierung auch ein großer teil ist und sein wird deswegen finde ich es auch sehr spannend jetzt mit ihnen über diese themen reden zu können und im game based podcast geht es ja auch um das thema gaming und pädagogik und soziale fragen und wir haben uns ja kennengelernt auf der edutain me das ist jetzt schon ein paar monate her da ging es um gaming und inklusion da waren sie bei einer podiumsdiskussion dabei haben sehr gut finde ich und das sage ich jetzt nicht weil ich schleim möchte sondern ich finde sie haben wirklich sehr schön und sehr gut die sachen erklärt und ihre meinungen im gegensatz zu vielleicht manchen anderen politikern wo dann ein bisschen drum herum geredet wird da haben sie auch erzählt dass sie einen persönlichen bezug zu gaming haben durch ihre kinder vielleicht auch selber wie sieht denn der aus naja meine jungs sind jetzt 16 und natürlich begleitet da das thema gaming eigentlich ja schon sehr lange nicht so lange dass wir jetzt mit heutigen verhältnis muss ich wirklich sagen das hat sich jetzt heute in vergangenen jahren echt auch nochmals intensiviert wie früh kinder games nutzen aber dann geht es los mit wie tech und dann geht es los mit der ersten gaming station und ich für mich war es immer wichtig dass ich ein verständnis auch dafür habe was meine kinder spielen und dass ich dann auch immer mal wieder mitgezockt habe um zu sehen was passiert da und es macht ja auch spaß inzwischen bin ich da an vielen stellen raus weil die games sich weiterentwickelt haben aber ob mario kart oder zelda oder andere sachen da habe ich immer gerne auch mitgemacht und ich finde es auch extrem wichtig als eltern dass man das spielen der kinder begleitet und zwar medienkonsum insgesamt egal ob jetzt bei film im games bereich oder an anderen stellen um zu sehen was da passiert um zu verstehen was da passiert und auch zu verstehen was das mit kindern machen kann und auch immer einen überblick zu haben wo befinden sie sich da denn eigentlich gerade im digitalen raum sind ja auch die tipps die wir von der computerspielschule beziehungsweise vom stadtmedienzentrum auch immer wieder mitgeben wie haben sie die computerspielschule stuttgart jetzt zum beispiel wahrgenommen sie waren ja schon mal zu besuch hier wie ist denn ihr eindruck ja super angebot dass sie hier den kindern jugendlichen machen weil sie einfach einen vielfältigen einblick geben und auch zeigen dass computerspiele eben mehr sind als jetzt nur das zocken daheim im am pc alleine beispielsweise sondern welche möglichkeiten eben computer und computerspiele bieten und daher finde ich das ein tolles angebot das gerne auch mehr in der in baden württemberg vorhanden sein könnte sie haben sie auch gerade schon gesagt dass sie für digitalisierung zuständig sind das gaming auch so ein bisschen innovativ ist was würden sie sagen inwiefern kann man gaming auch als innovativen treiber in der digitalisierung sehen gerade wenn man betrachtet dass es mittlerweile simulationsspiele gibt die sehr realistisch sind und auch teilweise in ausbildung beziehungsweise studiengängen benutzt werden gamification oder game based learning bietet natürlich extrem unterschiedliche zugänge für kinder und jugendliche und sie bieten zum einen barrierefreien zugang zu manchen dingen die andere kinder sonst nicht erfahren können nämlich mal in zukunftstechnologien wie wir ja dass ich dann im ozean mich bewegen kann und auch mal fische und schildkröten sehen kann die ich vielleicht im realen leben niemals so nah sehen würde auch wenn sie fiktiv sind sie bieten neue anreize für kinder und jugendliche gerade auch was wir wissen kinder und jugendliche die sich vielleicht auch vom unterricht ein stück weit entfernt haben haben dadurch neue möglichkeiten zugang zu finden sie bieten aber auch persönlichkeitsentwicklung an weil in vielen spielen muss ich mir selber entscheidungen zurechtlegen muss mir charaktere überlegen muss schauen welche entscheidungen treffe ich und welche folgen hat es dann also es hat auch nochmals einen intensiven bezug zu meinem eigenen tun an vielen stellen und da bieten gerade auch die serious games einfach einen super zugang um ja in schule und unterricht spiele abbilden zu können nutzen zu können und damit kinder und jugendliche in ihren lebensraum auch abzuholen und ihnen dadurch neuen zugang zu bildung zu ermöglichen sind das auch themen die im landtag manchmal angesprochen werden oder im kultusministerium jetzt gerade in bezug auf gaming diese diese möglichkeiten wie man die nutzen könnte noch zu wenig bin ich ganz ehrlich und wir haben zwar von seiten kultusministerium bieten wir ja die möglichkeit über lehrer fortbildung beispielsweise das thema gaming mit aufzugreifen wir bieten auch über zukunftstechnologien möglichkeiten an die kreismedienzentren stadtmedienzentrum landesmedienzentrum um alle aufzugreifen bieten da angebote über zukunftstechnologien die zu nutzen aber jetzt beispielsweise auch mit eigenen angeboten wie denn über respekt bewegt das thema hass und hetze in einem spiel aufzugreifen also wir nehmen das thema auf aber es ist natürlich schon ein wenn man es nimmt schon euch ideen thema noch und es braucht da schon auch die lehrkräfte vor ort die sich dem annehmen die das nutzen und die eben auch aufzeigen welche möglichkeiten stecken dahinter das pädagogische können wir von politischer seite wenig beeinflussen also es braucht ja immer auch einen politischen pädagogischen nutzen der da dahinter steckt und da sind lehrkräfte gefragt aber wir unterstützen die aufnahme von den themen die die umsetzung von gaming im unterricht und ich denke dass das auch in zukunft vielmehr nochmals genutzt werden wird haben sie da eine art rückmeldung bekommen wie das aufgenommen wird oder dieses thema sie haben ja gerade gesagt ein orchideen thema ist es ja auch oft man habe ich ja auch bemerkt wenn ich mit leuten über gaming und pädagogik zum beispiel rede gibt es eine art feedback wie das angenommen wird das jetzt das thema gaming in die bildung mit reingenommen werden soll bisher noch relativ wenig ich bin ja gerade auch dabei in schulen unterwegs zu sein und zu schauen was passiert denn eigentlich im unterricht und da hat das thema gamification schon nochmals mehr einfluss als jetzt game based learning weil es einfach ja sagen wir das das gewohntere ist über spiele wo man dann am ende vielleicht nochmals wie soll ich sagen als belohnung und mini game bekommt oder dann über punkte skalas da sein wie soll ich sagen die trophäen einheimst nochmals was ganz anderes und ich glaube wir werden da aber in nächsten jahren auch mit der unterstützung dass wir eben wissen es hat einen pädagogischen oder es kann pädagogischen mehrwert haben und wir da über fortbildung und über die angebote die wir zur verfügung stellen da einfach auch die zugänge in schulen dann auch nochmals verbessern ist wahrscheinlich auch schwierig jetzt dieses thema noch mit reinzubringen weil wir in den letzten zwei jahren andere probleme hatten wir mussten die schulen erstmal technisch ausstatten was in baden-württemberg ganz gut funktioniert hat wie ist das abgelaufen also wie inwiefern ist baden-württemberg da besser aufgestellt was diese ausstattung oder vielleicht auch die digitalisierung angeht als vielleicht andere bundesländer auch wenn wir vielleicht am anfang sogar weniger gut ausgestattet waren hat diese dieses virus oder die pandemie den letzten zwei jahren wirklich dazu geführt dass sich viele schulen bei uns intensiv auf den weg gemacht haben sehr schnell angebote hochgezogen haben wir haben ja auch schon seit 2017 modellschulen in baden-württemberg die auch ein stück weit vorreiter aber auch beispielgeber sein konnten für andere schulen wie kann denn digitale ausstattung funktionieren die finanziellen mittel haben sicherlich dazu geholfen dass wir jetzt eine gute ausstattung in baden-württemberg von technischer seite haben die auch auf also wo man auch merkt im zweiten lockdown wurde sehr häufig unterricht nach stundenplan zur verfügung gestellt die schulen haben sich damit auseinandergesetzt und jetzt gilt diese technische ausstattung die wir jetzt haben eben auch in praktische umsetzung auch außerhalb von der pandemie zu bringen dass wir ja die digitale ausstattung als mehrwert und nutzen auch sehen und dass wir damit das ziel medienkompetenz digitale anwendungskompetenzen in den schulen verstärkt unseren kindern und jugendlichen mitzugeben dass das eben jetzt auch außerhalb der pandemie gelingt und wir jetzt weniger und darüber diskutieren sind wir jetzt gut ausgestattet oder weniger gut sondern was machen wir jetzt eigentlich mit der guten ausstattung die wir an den schulen haben sie haben meine ich bei der edutain me erzählt gehabt dass einer ihrer söhne jetzt ein praktikum auch im gamesbereich angestrebt hat ich weiß nicht ob er das jetzt bekommen hat oder schon angefangen hat er war schon drin ja war schon ich meine das hat auch in berlin gemacht richtig das war bei uns in offenburg black forest games ohne jetzt hier werbung war auch ganz begeistert davon zu sehen wie ja wie unterschiedlich da auch welche unterschiedlichen professionen da tätig sind und ja hat sich da eben die eine woche im buchipraktikum dann ja wird sehr gut betreut und hat das sehr gute erfahrungen machen können treffen sie darauf widerstand vielleicht von anderen eltern die sagen wieso macht jetzt ihr kind bei einer gaming branche in praktikum soll es nicht mal was gescheites machen um es jetzt mal auf schwäbisch zu sagen hat sich jetzt vielleicht keiner getraut so zu sagen nähe kam jetzt eigentlich keine negativen rückmeldungen und ich finde es extrem wichtig dass jugendliche ihre erfahrungen machen und ob sie dann am ende in dem beruf auch landen werden oder nicht also er fand jetzt informatik am ende fast zu einseitig muss man sagen er guckt jetzt gerade auch nochmals was andere was für andere möglichkeiten es gibt aber diese berufsorientierung ist so extrem wichtig für unsere jugendlichen dass sie die möglichkeit haben verschiedene professionen aus anzuschauen sich auszuprobieren auch die stärken kennenzulernen wo passe ich eigentlich hin und ich rate auch wirklich jedem nicht nur das schulpraktikum zu nutzen sondern immer mal wieder wenn ein interessantes berufsfeld für jemand aufgeht da auch reinzuschauen sich da praktisch mal zu informieren eltern spielen da eine extrem wichtige rolle deswegen ja die unterstützung braucht sozusagen geht er einfach rein und probiere dich da aus aber nur so wird es uns gelingen dass wir eben auch die unterschiedlichen berufe an unsere an unsere nächste generation weiterzugeben und ihnen die möglichkeit zu geben eben den beruf zu wählen wo sie am ende dann auch zufrieden und glücklich drin sind oder eben auch zu sehen was einem vielleicht dann doch nicht so sehr gefällt was ja auch eine sehr wichtige erfahrung ist wenn wir uns jetzt baden-württemberg im vergleich zu den anderen bundesländern angucken dann sind wir schon gut dabei was die förderung angeht die förderung der für game entwicklung etc es gibt aber bundesländer wie zum beispiel bayern nordrhein westfalen oder berlin brandenburg die sind da jetzt noch viel mehr drin die investieren mehr geld in diese branche und jetzt meine frage gibt es können sie sich vorstellen woran das liegen könnte denn gaming ist ja ein sehr großer teil der kultur branche mittlerweile geworden also auch mehr umsatz als musik und die kinoindustrie zusammen da kann ich jetzt von kultusseite wenig dazu sagen weil das meistens eine wirtschaftsförderung darstellt wir haben mit der mfg zusammen ja die möglichkeit games zu fördern wir versuchen über die fortbildung von lehrkräften zugang zu games zu zu verbessern und was glaube ich wirklich wichtig ist dass wir diese diskussion dass games eben auch ein kulturgut darstellen in der öffentlichkeit verstärkt führen weil wie sie es auch schon angesprochen haben es ist auch ein starker wirtschaftszweig es hat aber auch sagen ich mal künstlerische aspekte die oftmals übersehen werden wenn man sich jetzt mal anschaut was da eigentlich inzwischen an arbeit drin steckt und das ja nicht nur das programmieren ist da ist so viel handarbeit in vielen games mit drin wo ich glaube dass da genau das thema kulturgut eigentlich in der öffentlichen debatte noch zu wenig bekannt und auch zu wenig ja im mittelpunkt gestellt wird sie haben ja wie vorhin gesagt bei der edutain.me auch mit spieleprogrammierer innen und anderen leuten aus der games branche diskutiert sind das dann zum beispiel sachen die sie dann mitnehmen und selber auch lernen wenn sie auf solchen podiums diskussionen sind oder was sind da sachen die sie vielleicht in anderen diskussionen nicht so sehr mitnehmen also vor allem war dort ja super dass es zum einen um inklusion ging wo gerade im bereich gaming eigentlich zu wenig mit gedacht wird meines achtens an manchen stellen gerade auch das thema vielfalt da gibt es inzwischen sehr gute entwicklung dass frauen mehr rollen in games bekommen dass auch das thema people of color in games viel mehr aufgegriffen wird der inklusive zugang also der barrierefreie zugang zu spielen immer mehr erkannt wird und gerade auch das thema serious games das wirklich auch noch mal sehr nische darstellt aber da aufgegriffen wurde und das fand ich wirklich sehr gut an der an der diskussion wo auch noch mal gezeigt hat wie unterschiedlich sind eigentlich games und dass wir über welche geben sprechen wir denn eigentlich wenn wir von gamification game based learning sprechen was kann da mehrwert bieten und da was ich muss wirklich sagen fand die diskussion super habt ihr auch sehr viel nochmals mit reingenommen und auch im nachgang nochmals gesprächsfaden aufgegriffen wo wir einfach auch schauen können wie kriegen wir das thema digitalisierung über games in schule gut weiter transportiert sind es dann noch sachen die sie mitnehmen in den in den landtag und ins kultusministerium und da dann in den arbeitsgruppen et cetera dann besprechen genau das ist so mein part zu schauen was sind eigentlich möglichkeiten wir sind ja gerade auch nochmals dabei beispielsweise im haushalt ist hier ein innovationsprogramm digitalisierung auf den weg zu bringen da hat natürlich jeder ganz große wünsche und vorstellungen was gibt wir sind natürlich auch in engen haushalts zusammenhängen das wird nicht alles möglich sein was was gut wäre muss man immer betonen weil ja da dann auch wieder das verständnis für manche dinge natürlich nicht so da ist was brauche ich jetzt da auch nochmals das thema zukunftstechnologie beispielsweise was bringt uns das denn eigentlich also das heißt ich brauche ja dann immer auch gute argumente um dinge voranbringen zu können dinge gut begleiten zu können und da helfen solche austausche auf jeden fall haben sie das gefühl dass sie sich manchmal da ein bisschen durchsetzen müssen bei diesen themen weil andere das nicht so sehr verstehen ja weil bildung einfach ein extrem breites feld darstellt und natürlich wir immer von einem humanistischen bild ausgehen und die frage dann ist was muss so viel digitales und so viel technisches in schule sein ich sage ganz klar ja denn das ist unsere heutige lebensrealität und es wird die lebensrealität von kindern jugendlichen noch sehr viel mehr sein das heißt schule muss sie auch auf das leben der zukunft vorbereiten muss sie zu mündigen bürger innen machen und da gehört das thema medienkompetenz dazu aber was dann medienkompetenz alles umfasst und was das eigentlich bedeutet digitalisierung oder digitalität von schule als eine zukunftsaufgabe in schulen mit reinzubringen da muss man tatsächlich noch an vielen stellen diskutieren und auch argumentieren was sind was bedeutet eigentlich das für ein mehrwert dass es nicht nur darum geht jetzt für die arbeitswelt vorzubereiten sondern dass es einfach auch für unsere gesellschaft wichtiger baustein ist dass wir da über medienkompetenz anwendungskompetenzen mündige bürger in am ende haben ja das ist sehr spannend dass sie das so sehen das finde ich auch sehr gut weil ich habe jetzt seit mehr als einem jahr lehrkräfte weiter gebildet unter anderem auch eine fortbildung über gaming und auch wenn ich jetzt über andere themen rede was digitalisierung in schulen angeht ist da oft so diese hemmschwelle noch sehr sehr groß und was mich überrascht war war jetzt zum beispiel dass es nicht nur bei älteren leuten so ist was man jetzt stereotypisch denkt dass die älteren das erst mal ablehnen weil ich bin ja ein digital native ich bin damit aufgewachsen etc sondern auch lehrkräfte die in meinem alter oder ein bisschen älter sind ist das auch ihr eindruck dass das vom alter her sehr divers ist vielleicht dieser widerstand absolut und trotzdem muss man sagen wenn man jetzt mal drei jahre zurückgeht nur drei jahre zurück die diskussionen waren da so hart teilweise dass viele wirklich die arme gekreuzten gesagt haben nee also digitalisierung an schulen und schon gar nicht den grundschulen brauchen überhaupt nicht und ich glaube das hat jetzt schon gezeigt wird auch die diskussion jetzt aktuell über den über die frau das vertrauen von kindern und jugendlichen in medien beispielsweise was jetzt gerade aktuell als studie rauskam wo festgestellt wurde dass sehr viele jugendliche in verschwörungstheorien sich auch reinbegeben weil sie kein vertrauen in journalistinnen und in medien haben das sind einfach ansätze wo uns nochmals deutlich machen muss es geht hier wirklich essentiell darum dass wir mit den unterschiedlichen medien die den kindern und jugendlichen zur verfügung stehen dass wir ihnen von anfang an einen nachhaltigen sinnvollen umgang erlernen dass wir ihnen mitgeben was was sind fake news was sind real news wie kann ich sie unterscheiden wie kann ich aber auch mit mit dieser sehr vielfältigen gaming welt umgehen also die ja natürlich auch sucht faktor hat das darf man überhaupt nicht unterschätzen natürlich gibt es kinder die haben suchtprobleme weil sie sich zu stark in der games welt befinden aber da haben zum einen das elternhaus natürlich eine große aufgabe aber die bildungseinrichtungen eben auch dass sie genau die themen aufgreifen und die lebensrealität damit von kindern und jugendlichen eben auch abbilden und tatsächlich sehe ich es auch so dass das da überhaupt kein alters dies also kein alters zugehörigkeit jetzt per se gibt die sich da als kritisch dagegen stellt sondern das wirklich durch alle strukturen also durch alle altersstrukturen durchgeht sie haben es ja auch schon gesagt also die in den letzten drei jahren hat sich sehr viel verändert wenn wir jetzt in die zukunft blicken und ich meine jetzt auch in die leider nicht so weite zukunft wir merken jetzt die corona zahlen steigen leider wieder wir haben die das problem mit dem ukraine krieg und die folgen die jetzt auch jetzt uns direkt betreffen in deutschland wie zum beispiel dass wir strom sparen müssen gas sparen und das weckt ja in vielen leuten dann auch die angst dass es eventuell wieder in richtung schulschließung gehen könnte beziehungsweise diese ganzen probleme wie der starke anstieg von gaming und social media in ich sage jetzt mal pathologische richtung also in eine nicht so gute ungesunde art und weise dass das eben jetzt alles themen sind die wieder aufkommen was sind lehren die wir jetzt in den letzten zwei drei jahren gezogen haben damit wir jetzt mit diesen problemen umgehen könnten die jetzt auf uns zukommen ganz klar dass nochmals die wichtigkeit und den stellenwert von präsenzunterricht ich glaube das hat jeder nochmals gesehen auch und das hoffe ich dass wir das auch mitnehmen die wichtigkeit unserer bildungseinrichtungen was eigentlich unsere bildungseinrichtungen alles leisten neben dem dass sie einen bildungsauftrag haben dass sie eben auch sozialraum für unsere kinder und jugendlichen sind dass sie dort sozialkontakte ermöglichen dass sie den umgang ermöglichen dass sie außerschulische erfahrungen machen können das heißt wir werden alles dafür tun dass keine schulschließung mehr da sind es sind aber auch ganz andere voraussetzungen als bei den letzten lockdowns wir haben hatten dort keine impfung wir hatten keine schutzmaßnahmen darum wird es auch nach wie vor gehen dass wir den schutz gegen das virus hochhalten dass wir auch weiterhin damit guten umgang pflegen wir werden damit auch einen anderen umgang haben als in den letzten zwei jahren zum glück sind die impfquoten bei uns im land gut ich gehe davon aus dass wir das auch jährlich weiter in mitnehmen dürfen und trotzdem wird es natürlich dazu kommen dass das darf man überhaupt nicht ja und verheimlich natürlich werden wir auch ausfälle falle bei lehrkräften und bei schüler in haben weil sie eben krank sind und auch das thema ukraine wird auf die personelle situation in unseren schulen auswirkungen haben das sind wir sowieso schon eng auf kante gestrickt und wir werden alles dafür tun dass wir den kindern hier eine gute beschulung ermöglichen dass wir die schulen auch offen halten und das geht nach richtet sich dann natürlich auch an die schulträger dass wenn es darum geht einsparmaßnahmen beispielsweise beim heizen oder bei anderen dass da nicht die schulen als erstes in den blick genommen werden sondern andere einrichtungen die leichter dann auch zu schließen sind also unser oberstes ziel die schulen offen halten und alles dafür zu tun dass der präsenzunterricht im land an jeder stelle ermöglicht wird auch der soziale raumschule einfach offen bleibt sie haben es ja gerade auch angesprochen dass wir den lehrkräftemangel als problem haben ich habe jetzt im letzten jahr auch oft leider in müde augen geguckt einfach bedingt auch durch die umstände corona dafür gesorgt dass viele unterrichtsstunden ausgefallen sind man probiert irgendwie zu kompensieren der unterricht der weggefallen ist plus man hat jetzt noch teilweise kinder im unterricht die die sprache einfach leider nicht sprechen wie probiert das kultusministerium da lösungen zu finden oder es den lehrkräften leichter zu machen mit diesen problemen umzugehen denn sie werden ja leider jetzt momentan nicht weniger also zum einen wir haben die vergangenen jahre zum glück schon die studienzahlen erhöht und da kommen jetzt gerade an den grundschulen auch die ersten abgänger wo man mehr lehrkräfte aus den referendaren referendarien herausbekommen als in den vergangenen jahren trotzdem merken wir natürlich dass die corona dass flüchtlingszahlen viele dinge die wir jetzt eben einfach die letzten jahre nicht vorhersehen konnten dazu führen dass die situation weiter angespannt ist wir dürfen nach wie vor keine schwangeren lehrkräfte beispielsweise im unterricht einsetzen das bedeutet schon mal dass etwa 8000 lehrkräfte im jahr nicht in den schulen sein können aus habe ich jetzt gar nicht bedacht gehabt dass aufgrund von schwangerschaften eben da schon mal die die lücke größer wird dann die ausfälle aufgrund von krankheiten wir haben kaum noch krankheitsreserven weil wir natürlich die lehrkräfte gerne in den schuldienst komplett übernehmen und in den unterricht integrieren aber wir haben einfach nicht mehr personen das heißt wenn wir mit einstellen dann fehlen beispielsweise krankheitsvertretung wir werden das thema direkteinstieg weiterverfolgen bieten auch nochmals zusatzqualifikationen ein für den direkteinstieg auch das thema natürlich nochmals studienplätze auszubauen bereich sonderpädagogik sind wir gerade dabei aber das dauert natürlich immer bis dann die personen dann auch wieder in den schulen ankommen also wir haben schon unterschiedliche maßnahmen wir haben beispielsweise im bereich der gymnasiallehrkräfte ja noch ein hohes potenzial bieten denen auch den einstieg in die anderen schularten grundschulen weiterführende schulen an vielen stellen ist auch eine regionale wie soll ich sagen regionale problematik im ländlichen raum haben wir immer mehr stellen frei aber auch hier in stuttgart beispielsweise eine der städte wo wir immer nochmals stellen zur verfügung stellen können und auch natürlich im bereich der fächer sehr unterschiedlich naturwissenschaften immer per se also gerade das thema informatik beispielsweise ja wir haben unterschiedliche maßnahmen die wir bringen trotzdem wissen wir dass einfach die anzahl der personen die wir im land haben nicht ausreicht um den bedarf zu decken wir haben das thema bundesweit das heißt wir können auch schlecht abwerben aus anderen bundesländern weil jeder hat gerade das problem die lehrerstellen zu besetzen und wir wissen ja dass das in anderen berufsgruppen gerade momentan auch nicht viel besser ausschaut also wir müssen schauen wie wir unseren fachkräfte bedarf auch mit externen personen besetzen können auch in der zukunft das wäre nämlich meine nächste frage dass man zum beispiel externes wissen mit einbeziehen kann leute die vielleicht nicht den klassischen lehrer beruf oder lehrerinnen beruf gewählt haben aber vielleicht an hochschulen arbeiten beziehungsweise auch andere pädagogische einrichtungen wie zum beispiel das stadtmedienzentrum inwiefern ist das etwas was auch eine möglichkeit wäre diesen mangel abfangen zu können und auch vielleicht wissen reinzubringen aus einer ganz anderen perspektive also das thema multiprofessionalität wird an schulen in nächsten jahren an bedeutung haben wir werden ein modellversuch insgesamt für die grundschulen auf den weg bringen um zu schauen welche multiprofessionalität braucht es denn das wird sicherlich an von schule zu schule auch unterschiedlich sein aber um auch mal zu sehen wie können wir es gemeinsam mit den kommunen gut auf den weg bringen weil einfach nur wie soll ich sagen rein technisch im hintergrund das land stellt an sich nur lehrkräfte zur verfügung und alles andere externe personal wird normalerweise von schulträgern eingestellt das wird aber in zukunft nicht mehr funktionieren das heißt wir müssen auch schauen wie kriegen wir gemeinsam personen für schulen angestellt lehrkräfte wird es weiterhin ein beamtenverhältnis geben das können wir aber externen personen nicht immer ermöglichen das heißt auch da muss man darauf achten dass es eben keine zu große diskrepanz im lehrerzimmer gibt was denn die profession und die bezahlung dann auch angeht es wird sonst immer wieder auch zu zu ja zu kritik zu streit und führen und von daher muss man das thema im blick behalten da sind wir auch dabei wie gesagt wir sind gerade an den grundschulen dabei den modellversuch auf den weg zu bekommen und außer schulische partner sowieso als ein teil an schule halte ich für einen extrem wichtigen part und für das kontinuierliche muss man einfach wege finden die das dann auch in einem guten zusammenspiel ermöglichen die sachen die sie ja gerade genannt haben werden auch oft angeprangert im bezug darauf dass leute sagen dass unser schulsystem veraltet ist und jetzt nicht in bezug nur auf baden-württemberg sondern auf ganz deutschland gesehen ist auch während corona immer wieder aufgekommen dass andere länder nördlich von uns sage ich jetzt mal einfach damit besser klar gekommen sind wie stehen sie dazu wenn leute einen wandel losstoßen möchten oder sagen dass unser schulsystem so wie es jetzt ist einfach nicht mehr funktioniert und komplett umgeschmissen werden muss also wir haben zum glück sehr viele schulen in baden-württemberg die wie ich heute jetzt schon als schule der zukunft bezeichnen würde die einfach genau diesen weg gegangen sind mit innovativen pädagogischen konzepten mit einer breiten aufstellung was schule ist sich darzustellen also wo eben sich nicht rein nur auf den bildungsauftrag aus dem bildungsplan konzentrieren sondern die sich dem thema annehmen dass schule eben mehr ist und sie haben es vorhin schon gesagt natürlich war das die letzten zwei jahre an mit den ganzen schwierigen umständen die wir jetzt durch corona auch nochmals hatten wirklich nicht einfach da auch innovative konzepte voranzubringen ich halte es immer für wichtig dass wir gemeinsam mit praxis wissenschaft und politik wege finden wie wir die schule der zukunft gestalten können nach zehn jahren in denen ich oder elf jahren in denen ich bildungspolitik mache weiß ich auch dass wir in baden-württemberg kein einheitliches bild davon haben was gute schule eigentlich ausmacht das heißt auch diese unterschiedlichen vorstellungen zusammen zu bekommen was bedeutet eigentlich leistung und wie kann leistung definiert werden was er heißt fordern und fördern und wie kann das definiert werden dafür bräuchte es eigentlich ein gemeinsames verständnis dass ich bisher noch an vielen stellen vermisst aber ich weiß dass wir diese schulen bei uns in baden-württemberg haben und wo man auch darauf aufbauen können und sagen können wir bringen so was auch in die fläche und ich finde dass da gerade das thema digitalität wirklich sehr viele neue möglichkeiten bietet lehrkräfte zu entlasten ihnen neue pädagogische möglichkeit zu geben kinder und jugendliche anders abzuholen und deswegen ist mir auch so wichtig dass wir das thema digitalität an schule weiter vorantreiben was werden jetzt zum beispiel eins dieser pädagogischen konzepte das innovativ an diesen schulen die sie gerade gesagt haben wäre dass sie sich wirklich auch daran orientieren dass wir an den future skills uns wirklich auch heranwagen die dass wir innovationen fördern dass wir lernräume öffnen dass wir die vier cars ernst nehmen kommunikation kooperation gemeinsames lernen und kreativität und gerade das thema kreativität nicht als ein wie soll ich sagen als ein baustein nehmen der vielleicht so für manche wirkt wie wenn man lässt alles laufen und jeder hat keinen rahmen mehr sondern dass kreativität bedeutet man lässt kinder und jugendliche erfahrungen sammeln erfahrungsräume bringen das thema kommunikation wird in zukunft immer wichtiger werden es geht nicht nur darum nur wissen aufzunehmen sondern eben wissen auch weitergeben zu können das heißt auch in mentorenprogrammen zusammenzuarbeiten lernräume zu öffnen dass schule nicht sich abschottet was viele also es soll jetzt nicht heißen dass schule sich per se abschottet aber dass schule sich eröffnet als raum der offen ist für außerschulische partner der sich im ort öffnet der auch offen ist dafür in der gemeinde aktiv zu sein und dann eben auch diese gemeinsamkeit also man nennt es der kollaboration sind wir als deutsche immer ein bisschen vorsichtig den begriff zu nehmen deswegen nämlich immer gerne das thema gemeinsames arbeiten kooperation dass eben kinder lernen im team gemeinsam zusammenzuarbeiten und da finde ich kann eben offene räume offene lernräume offene lernkonzepte die aber einen anspruch haben dass sie eben kinder fordern und fördern eine möglichkeit sein wie schule der zukunft aussehen kann und das begleitet durch lehrkräfte die ihren bildungsauftrag eben auch breit gefächert sehen und ich habe immer mich dafür ausgesprochen dass wir themen die in der gesellschaft relevant sind auch als querschnittsthemen begreifen also gerade das thema medienkompetenz informatik zum einen natürlich die möglichkeit geben sich darauf zu spezialisieren aber auf der anderen seite auch immer zu sehen das sind themen die betreffen so viele fächer ich kann mich da jetzt nicht in einem fach und einzig und allein darauf verlassen dass es dort dann damit auch abgebildet wird also ja schule als lernraum zu öffnen und am ende das individuum das einzelne der schüler in den blick zu nehmen und zu schauen welche stärken schwächen stecken dahinter und diese zu fördern und zu fördern sie haben ja gerade schon gesagt dass es schwierig ist medienbildung jetzt zum beispiel nur als einfach irgendwie rein zu nehmen es ist ja jetzt gerade in unserem bildungsplan noch so dass es als leitperspektive dabei ist dass man es in anderen fächern sozusagen mit integrieren soll wenn es dazu passt meiner erfahrung nach habe ich jetzt mitbekommen dass das so semi gut funktioniert hängt natürlich auch von der schule ab was genau meinen sie denn wieso es schwierig wäre jetzt zu sagen wir machen jetzt einfach das medienbildung heißt da setzen wir uns mit solchen sachen wie sozialen medien gaming aber vielleicht auch so was mit informatik auseinander also wir haben ja schon den basiskurs medienbildung der in fünf und sechs stattfindet und dann aufbauen darauf informatik das sind die fächer wo genau ja konzentriert die themen aufgegriffen werden sollen aber wenn ich jetzt beispielsweise in deutsch eine liter ja ein buch mehr annehmen kann ich eben auch mit unterschiedlichen medien das buch betrachten also zum einen kann ich das buch lesen als medium buch ich kann mir je nachdem film dazu anschauen ich kann aber vielleicht auch ein game dafür nutzen um das buch nochmals inhaltlich zu verstehen und das hat dann was mit medienkompetenz zu tun und deswegen halte ich es so wichtig dass wir diese leitperspektiven haben aber wir müssen uns auch selbst kritisch damit auseinandersetzen wie bekommen wir mehr verbindlichkeit für diese leitperspektiven hin es geht ja nicht nur um medienbildung wir haben ja auch verbraucherbildung wir haben demokratiebildung wir haben berufsorientierung alles wichtige themen für die auch immer wieder einzelne fächer gefordert werden gerade bei demokratie beispielsweise oder jetzt auch für berufsorientierung wenn wir jetzt für jede einzelne leitperspektive nochmals fächer in die schulen bringen würden dann hätten wir irgendwann zwölf stunden tag und samstags dürfen wir dann die schulen auch wieder aufmachen ich weiß nicht ob dann die begeisterung für die einzelnen fächer noch so groß wäre aber gerade weil diese diese themen so wichtig sind weil sie so gesellschaftsrelevant sind und zukunftsrelevant sind müssen wir eben schauen wie wir sie als querschnittsthemen in den im bildungsplan richtig verankern vielleicht müssen wir auch nochmals mehr querverweise zur verfügung stellen mehr beispiel die fortbildung dazu nochmals in multiplikatoren einheiten verbessern alles aufgaben die wir erkannt haben und es wird auch eine überarbeitung vom bildungsplan geben und da wird man sicherlich auch noch mal schauen wie kriegt man diese verbindlichkeit der leitperspektiven hin gerade das thema medienkompetenz und informatik und digitalisierung muss sicherlich auch neben der lehrer fortbildung in der lehrerausbildung verstärkt eine rolle spielen das heißt auch da gemeinsam mit den unis zusammen zu schauen wie kann ausbildung da schon mal die lehrkräfte darauf vorbereiten dass sie eben vielleicht auch mit dem anderen bild in die schulen reingehen da haben wir jetzt zum glück auch über die neue vereinbarung der kmk einen besseren zugang an die hochschulen und mit freiburg ludwigsburg und anderen haben wir in baden württemberg auch schon hochschulen die das thema angehen aber eben auch oftmals so mit einem nischen und wir müssen dafür sorgen dass es eben aus der nische hinein kommt als ein ganz selbstverständlicher teil der arbeit von lehrkräften und wenn wir jetzt in die zukunft blicken kommen wahrscheinlich noch mal deutlich größere herausforderungen auf uns zu was setzt noch mal eine revolution angeht sowie soziale medien unser leben revolutioniert haben sagen viele wird zum beispiel das meter was unser leben revolutionieren sind solche sachen die jetzt wahrscheinlich noch ziemlich abstrakt sind weil sie noch weit weg sind themen mit denen sie sich auch jetzt schon beschäftigen und informieren und wie sich da die gesellschaft mit entwickeln wird also das sind ja zukunftsthemen die wir dann eben auch politisch diskutieren müssen was bedeutet das dann auch im politischen raum gerade beim meter versus ja so dass mit das momentan noch sehr diffus dargestellt wird manche verfolgen da ihre ökonomischen ziehe ja ökonomischen ziele habe ich jetzt mal da die die damit ihre eigenen unterschiedlichen geschäftsmodelle verbinden und verknüpfen wollen für andere stellt es eine zukunft dar die sie in einer anderen realität dann leben lassen wenn wenn ich jetzt das für die schulen runterbreche sage ich ganz klar natürlich müssen wir erstmals die themen angehen die in der realen welt passieren bevor wir uns in einem multiverse überlegen wie dann eventuell mit avataren andere bildungsmöglichkeit da ist nein also wir haben jetzt erst mal dass die aufgaben die themen anzugehen die wir jetzt in der realen welt haben und trotzdem muss man natürlich im politischen raum und den gerade auch bei schulen halte ich das für extrem wichtig immer dann auch zu schauen welche entwicklungen gibt es und wir uns da nicht abschotten dürfen und sagen dürfen das sind dann themen die vielleicht irgendwo anders stattfinden sondern am ende tangieren sie eben auch unsere bildungseinrichtung und da auf zu aufzupassen oder auch zu schauen was passiert was da entwickelt was entwickelt sich da das auf jeden fall unsere aufgabe aber momentan jetzt noch nicht so weil wie gesagt es noch gar nicht so ja also ich noch gar kein bild echtes bild davon habe beispielsweise was passierten da jetzt eigentlich in der zukunft und solange sie jetzt noch politikerin sind während ihrer laufbahn was ist so ihr persönlicher wunsch oder ihre vision für die zukunft was sie noch erreichen möchten dass wir wirklich das thema ja die schule der zukunft gemeinsam diskutieren also gemeinsam meine ich wirklich mit wissenschaftspraktikern dass wir mal zumindest dieses bild darstellen was bedeutet eigentlich gute schule der zukunft was muss schule der zukunft leisten um unsere kinder und jugendlichen ja gut auf unsere gesellschaft auf das leben der zukunft vorzubereiten ich kann mein beitrag dazu leisten dass wir beim thema digitalisierung dranbleiben ich habe jetzt auch ein beirat digitale schule eingerichtet bestehend aus wissenschaftlern praktikern um eben zu diskutieren was was bedeutet das denn eigentlich digitalität von schule da hat wahrscheinlich jeder ein anderes bild davon die beruflichen schulen sehen darin dass sie ihre ausbildungs inhalte abbilden dass sie gemeinsam mit den betrieben schauen welche anwendungskompetenzen brauchen die schüler in in grundschulen sieht es nochmals ganz anders aus da geht es um medien kompetenz die dann nicht mal unbedingt mit digitalen medien abgebildet werden muss sondern die erst mal ein verständnis für für das technische zur verfügung stellt und in weiterführenden schulen geht es darum zum einen schüler in wirklich dann darauf vorzubereiten in einer guten medienkompetenz anwendungskompetenz auf die gesellschaft aber eben auch genauso auf das berufsleben aber wie das dann am ende gelingen kann brauchen wir jetzt überall real labore beispielsweise brauchen wir makerspaces dafür wie ist sie die unterstützung von außerschulischen partnern aus da ein gemeinsames bild zu schaffen und dann in der fläche eben auch die angebote hin zu bekommen und lehrkräfte dafür zu begeistern dass so gute schule gelingen kann das wäre so dass wo ich meine aufgabe drin sehe sehr schön damit bin ich dann auch schon ans ende meines fragenkatalogs gekommen vielen dank dass sie sich zeit genommen haben mit mir zu reden und ich hoffe dass diese vision die sie haben und die arbeitsgruppe und dass das alles dann so funktioniert wie sie sich das vorgestellt haben ganz herzlichen dank und vielen dank für den den austausch